Auf Twitter angezählt. Was? Lega? Self-Report oder was? Tama! Ey, das Ding ist halt... Mal ganz kurz, bitte. Mal ganz kurz. Tama, ich weiß echt, wie du dich fühlst. Ich hab genau dasselbe letzte Woche Mittwoch durchgemacht. Ich weiß, du kotzt gerade. Hä, ich bin die ersten drei Runden direkt... Ne, zwei Runden. Du bist aber kein Influencer, erzählst nicht. Ach so. Wollt ihr jetzt nur hören, wer es war? Ja. Also, Tama, Lega und ich standen oben und Lega hat Tama getötet. Wer? Wer? Das ist ein niedlicher Try, aber ich bin doch im Download. Und Lega steht für mir und das glaube ich. Ah ja, okay. Entweder war es Mimmi oder Spenny. Na, ich weiß nicht. Ich bin ganz lebit. Ey, ey 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 ey. moment sekunde also wer von uns am meisten der spaß daran hätte zu töten hat direkt beschuldigt und til hat mibi und spenny beschuldigt aber wo ist denn spenny in mibis geschichte das ist die frage die ich habe ich war im download ich habe nicht gesehen du hast doch gerade irgendwas von spenny gesagt ich habe ja bei spenny gesagt hat dass er auch da stand ja ich bin für leger und das war ja gg ich habe ich dich an eiern mein freund ich stelle mich an download starte sehen ja das noch nicht fertig du in der letzten runde ist noch nicht fertig du kommst dazu und kommt den ob wir uns die auch noch nicht fertig haben und jetzt gehst du am 100 vorbei oder was ich bin du bist gerade vorbeigegangen mein freund ich bin kapitrierer download oben rechts du blöde die runde davor stellst du dich noch dahin und jetzt machst du die taste nicht mehr oder was ich bin kapitrierer download ich glaubte ja wieso hast du jetzt auf einmal einen anderen download wem willst du das erzählen weil ich dachte dass du da oben stehst du komm das ist gut sein spenny das ist gut sein spenny ich habe meine gamer brülle gerade angezogen haben wir gerade die schnellste runde gewonnen nein habt ihr nicht einer davon war 100 prozent am einer was definitiv ja also in der stelle grunde hier ist das schon guter schnitt so damit wir jetzt die runde ich bin zwar geistert aber lasst mich über meine ausgaben färten ich wollte auch gerade weil wenn wir jetzt noch til rausvoten haben wir mindestens 1 ganz genau so hab ich auch überlegt das macht gar keinen sinn karl du bist mein mann ab jetzt noch einer von euch drei war es mega weg jetzt und dann haben wir alle drei ausgeroll einer von euch war es auf jeden fall oh mein Gott einen haben wir dann du musst da ein bisschen breiter streuen das wäre unfair wenn wir dich jetzt nicht töten würden wenn jetzt liebe sie und isa im poster sind ich sag mal wie es ist ne einer von denen war es ist so ist so rauf jetzt das wird unfair man lega wote dich selber man zieh das nicht raus die 90 sekunden die nehm ich mir jetzt noch warum denn wofür denn ich will mir mal karl angucken guck dir mal auf die füge ein bisschen so Oh, okay, he's been saved. Oh, das klingt nach einem juicy Geistermojito. Irgendjemand ist schon gestorben. Irgendjemand ist schon dead. Oh, okay. Oh, nein. Hab alle Aufgaben durch, ich bin kurz auf KBB. Oh, okay. Hey, sind hier nicht schon alle dead? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich bin hier nicht weg. Ich bin hier nicht weg. Ja, keine Ahnung, ihr seid die ganze Zeit weg. Du bist die ganze Zeit allein. Genau. Du hast den Reaktor nicht repariert. Du hast jetzt und du dich repariert. Ja, ich war eingesperrt. Ich wurde die ganze Zeit eingesperrt. Ich konnte hier gar nichts machen. Ach nee, wenn der Reaktor... Dann kann man keine... Was? What the fuck? Ich glaube, es ist Newsy. Das glaube ich auch. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich könnte Karl niemals töten. Ja, er ist tot. Wie wir sehen. Aber es ist nur noch ein Imposter. Es ist nur noch einer. Ja siehst du, das ist es. Das ist es. Newsy. Hast du einfach Dizzy getötet? Ich habe Dizzy nicht getötet. Nein. Hast du ihn nicht mit deinem Thomas Gottschalk-Bilderram erstochen? Ich würde doch niemals jemanden töten. Schwör auf Thomas Gottschalk. Ach weißt du was? Etwa ein langer Tag heute. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Manchmal muss die Wut einfach mal raus. So weißt du. Ah ja. Haben wir ja schon gewonnen. Ich habe gerade gesagt, es war ein langer Tag heute. Vor allen Dingen, warum muss ich denn jetzt leiden am Ende? Sag mal Newsy, was ist da los? Ah. Wer war denn der zweite jetzt? Keiner. Mimi, wa? Das ist unglaublich. Ohhhh. Ohhhh. Nee, am Anfang nicht vertrauen. Das ist richtig gut. Aber wir haben nach dir noch ein paar andere rausgekommen. Das war wirklich keine Ordnung. Das war einfach nur dumm, was du da gemacht hast. Keine Ahnung. Du bist mit mir hochgelaufen und ich dachte, du hast auch Download in Cafeteria. Hey, war kurz im Garten neue Minze holen. Spenny, was? Hast du das verpasst? Ja, geil, Tama. Nee. Du bist, äh. Nee, ich weiß nicht. Das war Mimi. Haben wir gewonnen? Super. Ja, wir haben gewonnen, ja. Victory. Also ich fand halt auch, Tama hat zu lange gespielt, deswegen musste ich ihn direkt am Anfang wieder töten. Selbstverständlich auch, ne Art, ja. E-C-A-M-W-E-R-C. What? Lega ist schon da? Ohhhh. Lega hat den Dicks gebracht. Bagger, die Rubbe ist einfach legendär, zeig ich mir. So stelle ich mir das vor. Halt schon mal Spaß haben. Hey, Bare Knucklejack, moin. Boah, ich kann nicht mehr, ich hab schon Bauchschmerzen, ich find das so witzig. Ich find das so witzig, 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 witzig. Ja, moin. Hallo? Okay. Hast du irgendeine... Isar ist tot. Isar ist tot. Hast du da irgendeine Erklärung für... Ich war eben noch bei mir. Tal, hast du deine Freundin erzählt? Äh, da so hier, äh, bei diesem, bei dieser Schiffsbrücke, keine Ahnung wie das Tal heißt. Ne, ich frage bewusst, ob die Person, die sich jetzt zurecht angeführt, irgendeine Erklärung dafür hat. Ja, hab ich. Hab ich. Absolut. Gut. Okay? Ne, ich hab Tama wenden sehen. Achso. Ja. Das, äh, kann ich, äh, verneinen. Tama? Oh nein. Sagst du dazu? Nein, nein. Tama hat nicht... Du warst bei mir, du Bastard. Also ich fand das schon, dass Dizzy da geantwortet hat, ne? Ja, natürlich, weil ich stand neben Karl auf dem, auf dem Vent drauf, ja, und hab Karl beobachtet, weil ich ein bisschen veräppeln wollte, damit er mich gleich anschuldigt, damit wir hier eine neue Gruppendynamik reinkriegen. Also ich habe Tama wenden sehen. Achso, du willst hier also künstlich Content erzeugen, ne? Ja, richtig. Spiel doch einfach mal und hab Spaß! Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Tama im Vent getroffen und wir haben abgeklatscht. Also ich kann Tama beschädigen. Also ich wote Karl. Karl! Nein. Also ich kann jetzt nicht schon wieder Tama woten. Ne, deswegen... Lass uns einfach... Lass uns einfach Karl nehmen. Ich fühl mich auch schlecht, wenn ich... Lass uns einfach Karl nehmen. Lass uns einfach Karl nehmen. Ja, irgendwann... Ich hab ihn yenken gesehen. Leute, ich würd einfach mal einen neuen, äh, äh, Namen... Ey, Karl! Ja, ja. Ja, Taro. Oh, Taro? Oh, Taro? Ja, komm, Taro. Ey, Tama kann... Ich sage Markus Attacke. Kann man machen, ja. Ich gehe für Markus Attacke. Ist das denn scheiß Ernst? Wart, warum?! Ich bin ja immer skeptisch. Tama! Ahhhh! Ich hab doch gar nicht wenig gevotet, Taro. Was laberst du denn? Also ich reich für den Tama, ich hör das doch gar nicht. Ich hab für Markus Attacke gestimmt. Alter, das ist die geilste Gruppe EU-Westfans. Blau auf blau, pink auf... Pink auf... Pink auf... Oh. 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 Oh, Mann, ey. Oh. Ich glaube, ich... Also ganz ehrlich, ich glaube, diese, äh, diesen Stream-Zusammenschnitt müssen wir auf jeden Fall bei YouTube noch hochladen. Und das müssen wir für die Leute aufheben, die nicht da waren und sich das nicht angeguckt haben, weil sie gedacht haben, dass die anderen Among Us-Gruppen besser sind. Und heute Abend woanders Among Us-Gruppen. Haha. Kappa. Oh oh. Ui. Hey. Maschallah, was passiert? Ähm. Also Karl ist es nicht. Also Karl ist es nicht. Karl ist es nicht. In Atmen liegt die Leiche. Und der letzte, den ich gesehen habe, war tatsächlich Tama. Ich hab euch gesagt, der ist gewendet, Mark. Tama, du hast mich grad schon... Tama, was? Weißt du das? Wer ist gewendet? Markus? Was? Erklär mal, was du gemacht hast. Ich bleib bei Markus Attacke. Tama, ist das dein Scheiß? Ich hab dich grad verteidigt und jetzt kommst du an. Ich will wissen, was Markus gemacht hat. Ja, aber du hast halt Attacke im Namen. Das ist ja egal. Was hast du gemacht? Also ich wiederhole mich nur ungern. Ich hab diese Schrömmdinger gemacht. In der ersten Runde hatte ich einen kleinen Dunninger. Moment. Ich hab Tama wenden sehen. Ja, dann... Wann hast du mich wenden sehen? Also das passt dann tatsächlich. Ich wollte der... Was labert ihr gerade? Hallo, es waren gerade die ganze Zeit Leute bei mir. Könnt ihr mal aufhören, so einen Mist zu labern? Du bist alleine aufhören. Ich bin stinksauer jetzt gerade. Du, ich stink sauer. Können wir mal bitte einfach Tama nicht voten? Der ist mir zu laut, den vote ich. Danke! Danke! Der ist mir zu laut. Ich möchte Tama ausnahmsweise mal nicht voten. Eben. Ey, ich wollte ihn auch gerade nicht voten, aber er ist aus Admin rausgelaufen. Was für aus Admin rausgelaufen? Wo bin ich rausgelaufen? Aus Admin? Drück doch einfach mal in Auge zu. Ja, weil ich da meine Karte durchgezogen habe und den Upload gemacht habe. Ja, und vorher haben wir ihn umgebracht. Das ist nur mal eben schnell. Hä, was für wen umgebracht? Was laberst du? Ich möchte eine Initiative starten. Wir drücken alle ein Auge zu für Tama. Danke! Ich hab schon geboten, fuck! Nee, 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 nee. Oh, Yuzi, ey! Du bist der Nächste, der rausfliegt, ey! Ja, tu mir leid, was soll ich denn machen? Ja, du fliegst raus jetzt! Alle auf Yuzi! Nein! Ich hab schon übrigens bei Markus' Attacke. Jetzt hat Tama, ich hab dich verteidigt und das... Ich denk auch, dass es Markus ist. Ja, das Einzige, was du sagst, du hast mich verteidigt, du hast mich verteidigt. Ehrlich? Ist das deine, deine Verteidigung? Ich glaub, es gibt Johannes auch, was Markus ist. Ich würd den direkt danach ausworten. Ich hab ihn erste Runde wenden sehen, ich sag's mal. Wen? Markus jetzt? Nein, Tama! Ich war's nicht! Markus oder Tama? Lass es doch bitte! Markus Attacke war's! Nee, 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 nee! Karl hat grad gesagt, der hat Markus... Nein, ich hab nicht gewettet, Mann! Doch, 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 doch! Ich hab einfach nur getrollen! Jetzt kommt's raus! Nein! Jetzt kommt's raus! Ich werde dann... Dann wird Twitter brennen! Ich weiß, ich kann nichts machen, Leute! Ich... Dauert! 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 Oh shit, ich hab den Download ab. Wir brauchen mal 100 Prozent. Oh, man! Dauert! Oh je. Habt ihr sie wenden sehen? Ja, ich hab mich auch selber wenden sehen, aber vorher... Ich hab mich auch wenden sehen, aber... Ich hab da übrigens jetzt getweetet, aber ich lass mir das nicht mehr bieten. Du bist tot sein ruhig. Hast du mich getaggt, dann retweete ich gleich. Ich retweete auch. Ja. Aber können wir währenddessen kurz Mimi rausvoten, weil die ist mir nämlich gerade entgegengekommen, währenddessen... Wait, what? Ja. Die ist mir gerade entgegengekommen. Wo ist die überhaupt? Ja, Insecurity. Das ist aber nebensächtig, weil Mimi mir entgegengekommen ist, das ist 100% safe. Also können wir jetzt bitte Tamas tweet retweeten? Okay, Mimi ist safe? Ja, Mimi ist safe, so. Was? Hallo? Was ist's mit euch? Tamas, wo ist denn jetzt hier... Ich muss getaggt werden. Wo soll denn die Leiche überhaupt sein, Dizzy? Na, Insecurity. Und du bist mir entgegengekommen. Ich hab Dizzy wenden sehen, aber ich hab für Mimi gestimmt. Hä? Hä? Das ist doch endlich mal die richtige Attitüde. Was ist mit dir? Also stimme ich jetzt für mich? Ja, gut. Na klar. Okay. Ja. Okay. Ja, ne. Okay. Gut. Hammer, ich warte noch auf den Tweet, ne? Der ist draußen, folg mir halt mal, du Arsch! Ich bin's nicht. Das hast du gut ausgerechnet. Das hast du gut ausgerechnet. Richtig. Und jetzt ist hier die Frage, wir haben eine gute Chance, richtig zu liegen, wenn wir uns einen rauskicken und zusammen vorgehen. Nachher bist du das noch so die ganze Zeit. Ja. Ja. Das ist richtig. Das hab ich halt auch schon überlegt. Ja. Ich hab auch schon öfter wen im Wend getroffen. Er hat gewendet und deswegen hat er auch, äh, hat er auch Tama die erste Runde verteidigt, als ich ihn die erste Runde schon hab wenden sehen. Ja. Das seh ich auch so. Überleg doch mal ein bisschen. Also ich muss ganz klar sagen... Also diese, du schlägst grad dich selbst vor, oder? Ja, ne, 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 ne. Moment, Moment, Moment. Doch. Moment. Nur weil ich... Es wird ja alles bisschen eng hier. Äh, wie? Ja. Ich hab bloß, ich hab bloß eine Frage. Das Ding ist, Carl und Newsy hab ich vorhin in Elektro gesehen. Die hätten mich theoretisch töten können. So, Marc. Wer ist denn von uns beiden jetzt hier der Imposter? Also wer von uns beiden hat hier mehr Überzeugungskraft, die anderen davon zu überzeugen, äh, zu voten? Ich hab mehr Follower als du, ich bin bei ungefähr 98.000. Wie viel hast du? Ich bin bei Markus. Ich hab 107. 107. Gut. Dann würd ich sagen... Na gut. Dann hab ich auf jeden Fall mehr Follower als du, also bist du. Ist gut. Hab auch viel Markus. Ich hab gehört, das zieht auf Twitter so. Mit den Followern hat mich überzeugt. Ja. Und Newsy auch. Ja. Ja. Unglücklich. Großartig. Oh nein, bitte. Ah! Ja! 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 Im Sicher zu zu tun, dass du das neil! Ja, das weiß ich nicht. Ich will jetzt niemandem Leid zufiegen. Ich hab' aber Wetten sehen! Ach...! Ne, ich hab' niemanden Wetten sehen, aber ich wollte einfach ein bisschen... Achso, du, Kai, das haben wir nicht geträcht. womit... Mach' mal ne neue Lobby auf, ne. Wäxt dem Lobby-Abcast. Wenn der Imposter wäre, würde ich euch eher bei den Aufgaben helfen. Untertitelung des ZDF, 2020